A plus, sehr schön. Okay, der ist definitiv fort. Gut, dann gehen wir zwei einfach mal nach vorne schon mal. Oh, danke. Ah, ja. Okay. Gut. Da ist er wieder da. Der Ryo. Schöne Final Fantasy am Spielen gewesen. Ja, ja. Hab ich alles mitbekommen. Und? War leicht. Er ist D-Dude oder er ist den? Er ist den. So. So. Damit du wenigstens irgendetwas machst. Okay, der würde jetzt auf den gehen. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab und gucken seinen Angriff. Ja, den Schaden. Okay. Und aufgebissen. Sehr gut. Ähm. Dann den noch. Agatium. Aha. Jetzt noch Wind rein. Mönch gemeistert. Sehr schön. Und Schwarz an Stahl. Ah. Ich bin bei Schwarz an Stahl. Bei Maximum. Okay. Okay. Das heißt, die zwei können auch weg. Kampf im Feld. Das ist wieder gut. Jetzt die Frage, schaffe ich das mit zwei oder schaffe ich das nicht mit zwei? Danke. Danke. Klassenswechsel. Magier. Du gehst auf Magier. Du gehst auf Priester. Wie habt ihr denn noch? Zehn Kämpfe. Auch zehn Kämpfe. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir versuchen es nach. Wir versuchen es zu warten. Klau. Der war der Musik. Was ist der Mose. Das ist der Mose. Sie schauen sich mal. 3. So, die erste haben wir geschafft. Macht 10 Schaden, wenn er frisst. R8, okay. Der Magier. Noe. Noe ist gut. Geh es den an? Und du greifst ihn an. Gut, da kommen schon die nächsten. Ich bin kein Schwankfreund davon, dass da schon die nächsten kommen. Okay. 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 Na, warten wir mal ab. Einer ging daneben. Ey, Schaden. Puh, der ging zum Glück daneben. Schön, Crit. Sehr gut. Puh, viermal. Einmal vier Schaden betressen. Ist okay. Einmal vier ist okay. Ähm. Bleiben wir hier. Bleibst auch hier. Bleibst damit an. Ich hätte lieber sagen, sogar noch einen Versuch hat der. Geist schaden. Hehehe. Bleibst den Schaden? Zweimal. Okay. Ist okay. Sehr gut. Kommen wir das auch. Zwei Kämpfe muss er noch machen. Ich sehe schon, wo das hin verläuft. Ich sehe schon, wo das hinläuft. Ja. Da habe ich aber keine Böcke drauf, meine lieben Freunde. Darauf habe ich keine Böcke. Ich hätte ein Item nehmen können, ich Idiot. Okay, er braucht auch nur noch zwei Kämpfe. Also einen Kampf, der ist nur noch. Ich würde sagen, hier nimmst du einfach mal eine Mixtur. Und du guckst mal, dass du eine Kampftechnik hinfickst. Ja, komm. Das sieht okay aus. Ja, ich wundere mich auch. Sehr schön. Aber er stirbt zumindest in dieser Runde nicht. Das ist schon mal gut. Ja, selbst wenn er noch mal trifft. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Wutsch Damit hätten wir das auch. Sehr gut. Gut, die haben wir dann soweit trainiert. Führen wir jetzt gleich nur noch den Klassenwechsel aus. Monsterjagd? Nee. Eine Monsterjagd könnten wir noch machen. Ja, eine Monsterjagd können wir noch machen. Klassenwechsel! Und zwar... Du gehst wieder zurück auf Magier. Und du wieder auf Schütze. Da müsste ich jetzt alles haben. Monsterjagd! Machen wir die Monsterjagd. Weg, 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 weg. Bleiben, 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 bleiben. Weg, weg, weg. Ja. Das sieht gut aus. Die vier. Marktplatz. Schmieden, reparieren. Das können wir danach machen. Die hat nichts. Sieht auch alles gut aus. Silberbogen. Stahlbogen. Das brauchen wir nicht. Silberlanze. Ist auch noch okay. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch okay aus. Silberbogen, bitte. Und Meisterbogen. Sieht auch hier haben. Danke schön. Das ist hier. Danke schön. Silberlanze. Das sieht okay aus. Silberlanze. Danke schön. Danke schön. Der Rest sieht hier okay aus. Säuternschwert. Tegelstahl. da wollte ich irgendwas machen, das weiß ich, schmieden. Ich hab grad gedacht, Ignatz wäre Dimitri. Ähm, das könnte ich ja nicht zum Stahlbogen machen. Kostet 360 Gold. Sechs Materialien. Theoretisch. Silberlanze, Kriegerlanze. Ach, dafür brauche ich einen anderen Dozentenrang. Okay. Okay. E+. Kann ich auch die Silberbögen machen? Silberschwerter wahrscheinlich, ne? Ja, E+. Kann ich auch Silberlanze plus machen? Silberschwert plus. Ist der am Gähnen? Oder was ist los? Schlacht beginnen. Angreifen. Wind. Seid tot. Ähm. So, zeig mal, was du kannst, Vogel. Ich liebe den Tank. Wow, der geht echt darin. Okay. Wahnsinn. Ähm. Ging auch daneben. Wahnsinn. Ging auch raus angreifen? Ja, sehr schön. Ab auch nur 50% Schocks. Okay. Beides nicht getroffen. Aber er trifft mich auch nicht. Also von daher, alles gut. Wow. Pogel sagt echt gehe gut an. Das ist dumm. Weil ich kann zwar nicht laufen, aber das brauche ich halt nicht mit ihm. Und tschüss. Stufe 30 für Annette. Sehr schön. Ja. Aber nicht von dem Wert mehr. So, du hast eine Schwertschwäche. Schwertschwäche. 555 für Ezran. So, von der Ginglatt, ich fange. So, ich gehe. Oh die muss. Bist du machen? Oh. Wasaa. Toll dann. Das ist dann endlich. Wasaa. 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 Oh. Ich erinnere dich. Ich bin jetzt schon ein. Viel fehlt ja nicht mehr. Wahnsinn, wie ich einfach nicht treffe. Wow. Wow. Hey. Okay. Wir haben gekoffen. Stufe 29. Geht doch. Ne, der hat danach keinen mehr. Okay. Ah, Crit. Sehr schön. Er trifft auch. Okay. Das war's für heute. Vielen Dank. Gucken wir mal, ob wir die jetzt auch noch auf Level 3 kriegen, so wie wir den kamen. Ist sie real auf jeden Fall? Der wollte sich auch decken, willst du nicht verarschen? Das war's für mich. Das war's für heute. ich verstehe schon warum man sagt es ist eine feste das sind ja noch ein paar ist ja gut sehr schön batallion ist auch auf level 5 auf die magier wenigstens schaden machen 20 schaden bei 70 ist nicht viel sehr schön damit haben wir auch level 30 erreicht ich bin ein kompletter für virus Wow, wir hätten den Kampf beenden können. Aber nein, selber Axt musste ja zerbrücken. Gut, hätten wir das auch. Na komm, beweg dich. Okay. 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 Komm mal los. Okay. 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 Das war's für heute. So, jetzt geht's los. Jetzt habe ich keine Ahnung, was die da hinten versuchen, aber die sind auch gleich dran. Oh, da braucht jede Waffe als zwei Hände. Oh, da braucht jede Waffe. Oh, da braucht jede Waffe. Oh, da braucht jede Waffe. Was ich mich frage, es gab ein Update, da wurde die Stimme des männlichen Protagonisten geändert. Also, der Synchronsprecher ist ein anderer. Rom auch immer. Oh, da braucht jede Waffe. Ich habe den Gond nicht verstanden, aber... Okay. Das gibt's nicht! Egal. Nicht schlimm. So, welche machen wir? Katerin und die Ritte der Seros ziehen los, um an der Kirche des Westens Vergeltung zu üben, für deren Angriff auf die Erzbischöfen. Asche will sie begleiten. Ich könnte ja einfach mal... Aha. Wenn das jetzt gehen würde, kann ich leider deren Motivation nicht sehen. Entweder das, oder wir machen das. Wir machen das. Ausrücken zum Einsatz. Mehrblick. Fanatiker der Kirche des Westens am Land besetzt, das mit dem Heiligen Seasol in Verbindung steht. Seteth bricht auf, um sie zu stellen, und Flyne schließt sich an. Machen wir die. Mehrblick. Weiße Wolken, Kapitel 9, die Quelle der Trauer. Wir machen das. 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 Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich bin. Ich habe es nicht. Es ist. Ich habe nicht mehr Gute, dass in dieser Land ein Warum nicht? Wenn du mir bei uns bist, dann kannst du dir auch sicher sein. Ja, sicher. Wenn du mir hier bist, dann kannst du dir auch helfen. Na gut, ich habe zu tun. Ah ja, und das geht jetzt in Ordnung, weil ich dabei bin, oder wie? Ich weiß ja nicht. Was the hell? Als ob der ein Weifenritter ist. Okay, er ist nur ein Weifenritter, also alles gut. Ja, euch nehme ich mal ganz sicherlich nicht mit. Ähm, wie geht's? 31, 31, 30, 30. So, wer könnte denn jetzt... Ja, warum meinte ich nicht? Und... Schon würde ich sagen, los geht's. Alle Gegner werden besiegt. Leiser Dimitri Setev oder Flying wird besiegt. Okay. Was? Ich fange die Lanze an. Hör auf die Lanze zu tragen. Was ist falsch mit dir? So. Ähm. Oh, ja, 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 okay, 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 ich sehe es. Oh, schon wieder so schlechte Gegebenheiten zum Laufen, oder was? Oh, nee. Oh, nee. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt mal absteige, wie weit kann ich dann gehen? Ah, ein Stück weiter, okay. Habe ich noch jemanden? Ach, mit dem kann ich auch laufen. So, so. Ach, der wäre Verbündeter. Oh, ja, 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 ja. Ja, bitte, geht doch. Ja, bitte, geht doch. Ist ja nichts besseres, außer zwei. Äh, das nicht, bitte. Kann echt viele Schritte gehen im Wasser. Das hätte ich vielleicht vorher einsetzen sollen. So, ja. Urgativ. Machen wir den mal voll. Der weiß, was die alles können. Ähm. Ich finde hier wieder nur Scheiß am Strand, ey. Oh, die kann sich selber heilen. Das ist krass. Ich würde sagen, du hast keine Chance. Brauch, du hast einfach keine Chance. Uh, Donnerschwerter halten. Ja. Ja. 16 Schaden. Ja. 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 Wahnsinn. auf dem Boden kaum laufen kann das ist das ist voll guter Schaden muss ich sagen gute Werte muss ich sagen gute Werte gut angestiegen ja schön meine Erfahrung möchte ich eigentlich nicht so gerne gehen wir mal hier hin schöner Crit schön mit Wappen so muss das sein es ist gut es ist es ist schön es ist es ist es es wie es Kommt der dadurch näher? Ich weiß es gerade nicht, aber Wir versuchen es einfach mal Dann ist das kein Problem Er ist halt doof, er stirbt auf jeden Fall Ich habe doch gesagt, die ist Keine Ahnung, eine Million, die ist von Jahren alt Ich wusste es die ganze Zeit Ich wusste es die ganze Zeit Die Mutter ist mich verarschen Micheier! Also Fragen Sie sich dazu Ok, das ist rät ... Ich muss die Mutter sehen Ich bin der Moment Ich bin des Gerübes Ich bin seitlich Ich bin der Wolfgang Ich bin der Wolfgang Sie sind sehr gut Ich bin der Wolfgang Ach ja, ich liebe meinen Heiler. Ich könnte mit einem Stahlbogen anreißen. Okay, nee, das machen wir nicht. Okay, jetzt hat sich der Aegis aktiviert. Einmal hier. Dann einmal hier. Ja. Was ist das? Und tschüss. Oh, nix Perle. Scham dauerhaft um 2, okay. Ähm. Okay, der macht ihn locker fertig. Dann. Warten wir hier einfach. Ja. Ha. Vorbei. Loser. Oberstufensiege erhalten. Ja. 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 Furen. Kannst du mit dem? Natürlich. Du bist so, Herr Schmerz. Ich bin das für mich gekommen. Okay. Alles mit der Mutter habe ich nicht ganz verstanden. Ein Speer und ein Zepter. Was? Das ist eine große Herausforderung. Aber ich habe das sehr lange, wenn ich hier bin. Diese Räume ist ein ganzes Ort. Oh, das ist die Räume des Kiffen. Es ist ein Wettbewerb, aber es ist auch ein Wettbewerb. Meine Mutter, ich bin jetzt sicher. Bitte, bitte, bitte. Ich will nur sagen zu dir. Ich will nur sagen, ich will nur sagen. Ich meine Frau ist Frenn's母. Ich meine Frau ist meine Frau. Moment, 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 ich muss kurz denken. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment gedacht, dass auch das Hattes Mutter ist, dass er seine Mutter geschwängert hat. Aber gut, gut, gut. Soweit gehen wir dann doch nicht. Er hat es einfach nur gesagt, dass das... Okay. Okay. Das war's für mich. Ich bin auch hier. Ich zeige mich auch hier. Ich habe immer noch einen Fisch. Ich hatte immer noch einen Fisch. Ich hatte immer noch einen Tag. Ich kann mich nicht mehr zurückkommen. Ich kann mich nicht mehr zurückkommen. Das ist so, dass ich jetzt nicht mehr leben. Es ist nicht so, dass ich nicht mehr leben kann. Haha. Gehen Sie jetzt. Das war die Frau, die gesagt haben. Ich kann nicht nur die Vergangenheit zurückkehren. Ich werde bald wieder zurückkommen. Ich werde wieder die Blut des 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 Blut. Kadozois, Kadozois oder sowas. Heilige Waffe, Shishol, stellt in jedem Zug KP wieder her. Wappen verstärkt Effekte. Heiliger Stab, Settelanwappen, magische Reichweite, plus 1, halt jede Runde KP. Okay. Okay.